Mir ist ja gerade was vor die Flinte gelaufen. Marianna Tank von UCLA Peck. Oh, das ist glücklich. Das ist übrigens nur ein Versuch. Ja, schaue ich euch dann noch gleich, dass wirklich nur einer war, sollte ich gewinnen. Aber das sieht viel zu gut aus, die bringen wir einfach um. Ahem, CMOSwag, CMOSwag. No real idea what to add here in specific, to be honest. Sorry for die Pause, ich musste ja gerade reagieren. Jo, aber das Ding ist ja eh fast durch. Mach mal ihn weg und dann drücken wir hier mal auf den Party-Button und haben sie geschlagen. Und das ist nur ein Versuch. Das zeige ich euch natürlich hier. War nur einer. So. Nix drin. Danke fürs Zuschauen. Bye-bye. Vielen Dank.